Ja, da gehen wir Schöppel schaufen. Ja, die Einke macht dicht vorne. Gibt's kein Schöppel mehr. Wenn der USA ausverkauft. Der wäre der Frosch. Da hat's gesoffen. Und den Schädelsprenger hab ich ewig schon immer gesehen. Den Seidler-Siggy. Kennt ihr den Seidler-Siggy? Kennt ihr nicht, ne? Guckt mal an www.seidlersiggy.de und kommt auf meiner Website. Prüzi!